Guten Morgen. Wen bringt ihr uns denn da? Der soll ein Verbrecherboss sein, Jonah? Ja, einer der ganz Großen sogar. Und wegen seines Aussehens nennt man ihn ja auch Kevin the Kid. Ähm, Leonie LaRue? Wer will das wissen? Dein neuer Partner. Ich bin Henry. Das ist heute mein allererster Einsatz. Frisch von der Akademie, was? Steig eins. Eigentlich wollte ich gar nicht zum Streifendienst. Hä? Wieso? Weil mir im Auto schnell übel... Hey! Brauchen wir eigentlich Extrasicherheitsmaßnahmen, wenn ihr so eine große Nummer einsetzt? Ach, Quatsch, Maya. Durch diese Mauern ist noch niemand unerlaubt rein- oder rausgekommen. Alles Gute kommt von oben. Aber auch nicht so Gutes. Oder auch Zeit, Eddie. Ich hab über zehn Minuten in der Zelle gehockt. Ohne Internet. An alle Einheiten! Gefängnisausbruch! Gefängnisausbruch! Können wir endlich weiterfahren. Aber mir ist immer noch schlecht von deinem Fast-Deal. Das ist doch... Kevin the Kid? Dann steig ein! Gefängnisausbruch! Oh, Mist. Das war's. Zu Fuß holen wir ihn nie ein. Aber vielleicht aus der Luft. Die bin ich los. Bist du dir da sicher? Das war unglaublich. War doch nicht verkehrt, eine Pause einzulegen. So haben wir ihn erst entdeckt. Und ich hab vor lauter Verbrecherjagd meine Übelkeit vergessen. Ich glaube, wir sind doch kein so schlechtes Team. Das war's. Ich hab auch noch nie. Ich hab noch nie. Ich hab mich nicht mehr. Okay,. Das war's. Ich hab noch nie. Das war's.